Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salome. Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Das Verstöß gegen sämtliche Konvention. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Rilke. Ich kann ohne dich nicht leben. Wir sind vom Schicksal her füreinander bestimmt. Wenn sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass sie ein niederliches Frauenzimmer sind. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Frau Lein von Salome hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Danke. Haben Sie schon Pläne für weitere Projekte? Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an das Archiv. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem mit, Joseph. Das geht nicht. Du wirst nein. Herr Geist. Herr Geist. Vielen Dank.